Herzlich Willkommen im Kindermodengeschäft Dingsbums in Oerlinghausen. Das Geschäft wurde im Sommer 2011 von Kaya Waltschaklay übernommen, als Ergänzung zu dem Internetshop www.minilulu.de. Wir führen ein umfangreiches Sortiment von Kinderbekleidung in den Größen 50 bis 188. Nur Produkte, die unseren hohen Qualitätsanforderungen entsprechen, kaufen wir für Sie auf zahlreichen Messen ein. Neben Kinderbekleidung führen wir Umstandsmode, Krabbelschuhe für Babys und Kinder bis 4 Jahre, nützliche Accessoires wie Kindergeschirr, Spielmatten, Kinderkoffer, Letzchen und Wickeltaschen. Eigens für uns werden die Krabbelschuhe der Marke Stub&Go in Europa produziert. Über 20 Designs dieser aus extra weichem Lammleder bestehenden Krabbelschuhe sind ständig verfügbar. Eine speziell entwickelte Anti-Rutsch-Sohle gibt dem Kind sicheren Halt während der ersten eigenen Schritte. Außerdem finden Sie bei uns Gummistiefel sowie eine große Auswahl an Kinderschuhen. Besuchen Sie uns in unserem Geschäft in Oerlinghausen oder bestellen Sie bequem Ihre Artikel über unseren Online-Shop.